Habe Florian Silbereisen und Beatrice Eglis mit ihrer Tochter auf der Straße gesichtet? Die Geschichte um das Brautpaar Beatrice Eglis und Florian Silbereisen war schon immer ein Thema, das in den sozialen Netzwerken nie Anzeichen einer Abkühlung zeigte. Alle Aufmerksamkeit erregte das Paar erneut, als Passanten ihre dreiköpfige Familie, darunter Florian Silbereisen, Beatrice Eglis und ihre Tochter, versehentlich Hand in Hand gingen. Unmittelbar nachdem diese Bilder von Internet-Nutzern gepostet wurden, explodierte die Kommentarwelle in den sozialen Netzwerken mit unterschiedlichen Meinungen. Die meisten von ihnen sind Kommentare, die ihre Bewunderung für das glückliche Eheleben des Paares sowie für ihre Familie zum Ausdruck bringen. Bevor Florian Silbereisen und Beatrice Eglis nach der kürzlich stattgefundenen großen Hochzeit zusammenkamen, waren sie lange Zeit ein Liebespaar, das sich gegenseitig im Beruf und im Leben unterstützte. Seitdem haben die beiden viele Fans gewonnen. Diese Menschen folgen, unterstützen und segnen das Paar immer, wenn sie zusammenkommen. Die Leute in der Online-Community sind aufgeregt und glücklich, wenn die beiden heiraten, jetzt sind sie immer noch sehr glücklich darüber, dass ihre Tochter die Straße entlang geht. Bekanntlich ist diese kleine Prinzessin das Adoptivkind von Florian Silbereisen und Beatrice Eglis. Sie war die Tochter einer engen Freundin der beiden, also betrachteten sie sie auch als ihre eigene. Die Online-Community sieht Florian Silbereisen und Beatrice Eglis oft mit ihr, bei großen Musikveranstaltungen, in Restaurants oder manchmal sieht man eine dreiköpfige Familie im Freizeitpark lachen und sich unterhalten. Beim Betrachten dieses glücklichen Bildes können Fans nicht umhin, in Zukunft an die Familie von Florian Silbereisen und Beatrice Eglis zu denken, wenn die beiden eigene Kinder haben, wird dieses Familienbild warm und wunderbar sein. Das wäre ein schönes Bild, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Da sowohl Florian Silbereisen als auch Beatrice Eglis eine hervorragende Schönheit besitzen, besteht kein Grund, an der Schönheit ihrer Kinder zu zweifeln. Die Liebe, die sie füreinander haben, wird zur Liebe, die sie für ihre Familie haben, und schafft eine glückliche Familie.